ARD Text im Auftrag von Funk Das ist, es hat sicher eine interessante Geschichte. Also, was wünschst du dir? Was ist deines Herzens Begehr? Ich habe eine Frage. Was macht man mit drei Wünschen? Warts ab. Es gibt keine Geschichte über das Wünschen, die nicht auch eine Warnung enthält. Wir alle haben Wünsche. Selbst wenn sie uns verborgen bleiben. Aber es ist deine Geschichte und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin sie führt. Oder wie sie wohl endet. Hallo. Hallo. Er bleibt für eine Weile. Ich habe einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch.